Die zuletzt so schwer verprügelten Bullen haben eine Hoffnung und die heißt Peak Inflation. Wir haben das Hoch bei der Inflation gesehen und die Logik geht dann weiter. Naja, wenn die Inflation jetzt ihr Hoch gesehen hat und dann runterkommt, dann muss die Fed nicht so schnell die Zinsen anheben, nicht die Geldpolitik so schnell strafen. Und dann haben wir doch das alte Muster bei SDIP. Kauf den Rücksetzer, denn die Notenbank ist dein Freund und Helfer. Derzeit ist sie eher der Enemy of the Markets, eher der Feind der Märkte. Und das haben die Märkte mit ein bisschen Verzögerung dann doch realisiert. Heute bekommen wir die US-Inflationsdaten und die werden sehr wichtig. Und vielleicht mal vorausgeschickt, warum ist dieses Thema Inflation in den USA so bedeutend? Erstens, 40% der Amerikaner haben nicht mal ein Sparvolumen von 1000 Dollar. Das heißt, wenn da die Waschmaschine kaputt geht oder eben die Preise so deutlich steigen wie derzeit, dann fliegen die aus der Kurve, dann haut es die aus dem Konsum raus. Das können sich die Amerikaner nicht leisten. Das können sich US-Präsident Joe Biden vor allem nicht leisten. Das ist das eine. Und wenn wir mal auf das Jahr 2021 zurückblicken, dann ist der Durchschnittswert einer Immobilie um 54.000 Dollar gestiegen, während gleichzeitig der Durchschnittsverdienst in den USA bei 52.000 Dollar lag. Das heißt, wer ein Haus besessen hat, ist reicher geworden, als wer ein ganzes Jahr gearbeitet hat. Und das bringt diese Proportionen, diese Verhältnisse vielleicht mal ins Licht, warum dieses Thema so wahnsinnig wichtig ist in den USA, weil es die Ungleichheit noch weiter verschärft und vor allem die weniger Wohlhabenden in den USA an den Rand der Existenz bringt. Schauen wir uns mal die Prognose für heute an. 8,1 Prozent, zuletzt hatten wir ja 8,5 Prozent. JP Morgan sagt, ja, wenn die Zahl ein bisschen tiefer wäre, wäre das natürlich durchaus der Grund für eine Rallye. Gestern hatte sich Fettmitglied Mester geäußert und hat gesagt, ja, also wir bräuchten schon einen deutlichen Rückgang der Inflation, bevor wir vielleicht mit den Zinsanhebungen ein bisschen langsamer werden. Die Inflationsrisiken seien auf der Aufwärtsseite etc. Also, das ist genau der Punkt, weswegen dieses Thema Inflation so wichtig ist, auch für die Märkte, weil die Fett dann eben weniger die Zinsen anheben würde. Gucken wir uns mal an, wie Sie die Prognosen sehen. Die gehen von 7,9 Prozent, Konsenserwartung ja 8,1, 7,9 Prozent der Bank of America, bis rauf Bärenberg, 8,5 Prozent. Und wenn wir mal gucken, naja, was spricht denn für höhere Daten, dann sehen wir zum Beispiel National Rent, die sind deutlich gestiegen. Es sind jetzt zuletzt ein bisschen runtergekommen, aber die CPI-Daten haben einen Nachlauf von fünf Monaten. Das heißt, es wird da noch nicht so wirklich widergespiegelt, diese massiven Mietanstiege, die kommen jetzt so langsam erst in die Statistik rein. Jetzt sind wir faktisch schon wieder so ein bisschen auf dem Weg nach unten, aber es wird dauern, bis das dann auch in den Statistiken wieder verarbeitet sein wird. Für eine etwas geringere Inflation spricht vor allem die Lage an den Gebrauchtwagenmärkten. Das ist in der USA durchaus ein wichtiger Faktor, auch mental. Noch wichtiger mental ist aber das, was an der Tankstelle bezahlt werden muss. Und wir sehen ja, dass der Ölpreis jetzt zuletzt eher so ein bisschen runtergekommen ist. Wir sehen WTI so um und bei bei 100, 102 Dollar. Also da ein bisschen Entspannung, aber eben nicht an der Tankstelle. Ich hatte es gestern schon gezeigt. Da sind die Preise so lange wie noch nie über der Marke von 4 Dollar. Gasoline etwa bei 4,37, Diesel bei 5,50 und das ist für die Amerikaner ein echtes Thema. Zumal Diesel ja für diesen ganzen Transportsektor und all diese Dinge sehr relevant. Es verteuert dann faktisch auch Nahrungsmittel, weil der Transport teurer wird. Und heute wird Biden erneut zur Inflation sprechen. Heute kommen die Daten zur Inflation. Biden wird dann 15 Uhr oder wann ist es? 1.15 Uhr Chicago-Zeit. Chicago-Zeit müsste 7 Stunden hinter der Deutschen sein. 1.15 Uhr wäre dann 20.15 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Deutsche Zeit wird sich also Mr. Biden äußern zur Inflation. Hier sehen wir mal die CPI oben im Chart. Die ist natürlich jetzt dann in diesem Zeitraum vor einem Jahr deutlicher nach oben gegangen. Da waren wir dann auch schon bei 5 Prozent. Das bedeutet, der Basiseffekt wird jetzt ein bisschen günstiger in Sachen Inflation, weil schlichtweg vor einem Jahr die Preise doch schon deutlich stärker gestiegen waren. Das heißt, das Niveau von dem auskommend, die Berechnung zum Vorjahr gemacht wird, dieses Niveau ist jetzt nicht mehr so tief wie noch in den letzten Monaten, sodass da vielleicht die Überraschung sein könnte, naja, es sind dann doch weniger und dann sehen wir eine Rallye an den Märkten. Aber dass das Ganze schon ein Riesen-Politikum ist, sehen wir hier in diesem Cartoon hier unten. Gas prices just hit a record high. Und my family can't find a baby formula. Also hier diese gestiegenen Kosten, vor allem an der Tankstelle. Und Joe Biden isst ein Eis und sagt, we are sending another 40 Billion to Ukraine. Also da wird schon, gerade von den Republikanern, die sich ja dagegen ausgesprochen haben, teilweise 57 Republikaner gestern bei einer Abstimmung, ob weiteres Geld in die Ukraine gesendet werden soll. Also das ist jetzt schon ein Thema hier. Den eigenen Leuten geht schlecht, aber ihr sendet Geld in die Ukraine. Das zeigt, wie brisant dieses Inflationsthema in den USA ist. Es ist aber auch, wie soll man sagen, realpolitisch und finanzmathematisch sehr relevant. Denn wir sehen, dass jetzt der Consumer Debt in den USA fast 16 Billionen Dollar beträgt. Das, was wir hier oben in der Grafik rot sehen oder rötlich sehen, das ist durchaus durch Immobilienkredit. Und das andere sind restliche Kredite. Wir sehen also, dass vor allem Immobilienkredite hier einen heftigen Anteil haben. Und wie gesagt, im letzten Jahr sind die Immobilien durchschnittlich 54.000 Dollar mehr wert geworden. Deswegen haben alle sehr hohe Preise bezahlt. Deswegen sind auch die Kreditsummen, die man sich da ausgelehnt hat, deutlich gestiegen. Und das ist natürlich dann unschön, wenn die Zinsen steigen, zumal viele der Kredite in den USA eben flexibel verzinst sind. Die reagieren also auf diese Zinsänderung. Und hier sehen wir, jetzt will die Fed in dieser Situation, wo wir eine fast schon geplatzte Tech-Blase auf der einen Seite haben. Dotcom-Blase 2.0, wie ich gestern im Markenflöster formuliert hatte. Und auf der anderen Seite eben eine Immobilienblase, die jetzt angestochen werden kann. In dieser Situation will die Fed letztendlich den Geist, den sie aus der Flasche gelassen hat, wieder in die Flasche zurückdrücken. Und das ist wahnsinnig schwierig. Das wird kaum gelingen. Hier sieht man, wie man versucht, sozusagen diese Geldscheine wieder ins Krokodil oder was auch immer das ist, oder in den Bullen hineinzudrücken. Genauer gesagt, kein Krokodil, ein Bulle. Und das ist natürlich schwer möglich. Wir sehen hier schon den S&P 500 mit dieser Korrektur. Die Balance Sheet, die Bilanzsumme der US-Notenbank, wird erst ab Anfang Juni dann wirklich sinken. Aber insgesamt ist es so, wir haben einen massiven Anstieg der Renditen gesehen. Die CDU-Staatsanleihe hier unten im Chart auf 3,20% gestiegen. Diese Anstiege sind es, die die Schuldenlast, die immer weiter gestiegen ist, immer schwerer zu tragen. Dementsprechend wird vieles an den Märkten davon abhängen, wie entwickeln sich die Renditen. Wie werden die Zinskosten sich entwickeln. Und das wird eben wesentlich abhängen von den Inflationsdaten und von dem, was die FED daraufhin machen wird. Und wir sehen hier Sven Hendrik mit seinen Projektionen. Wenn jetzt die Renditen, die Zinsen oben bleiben oder weiter steigen, dann ist eine heftige Reaktion zu erwarten. Ohne ein Reversal in Yields, also ohne dass die Renditen, ohne dass die Zinsen fallen, wird es keine wirkliche nachhaltige Rallye bei den Aktien geben. Aber wenn jetzt die Inflation nach unten kommt, dann könnten wir nicht nur einen Reversal bei den Yields sehen, also praktisch fallende Renditen, sondern eben auch stark steigende Aktienmärkte. Das ist die Lage, die derzeit der Fall ist. Gestern haben wir schon mal so eine Befreiungsrallye gesehen, als Waller von der FED, der so ein bisschen im Zentrum ist, kann man auch sagen, also weder zu hawkisch noch zu doffisch ist, da er so das Mittel den Median vielleicht repräsentiert. Er hat gesagt, ja, der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr heiß, das ist so, dass aber die Inflation zu hoch ist und wir müssen unseren Job erledigt kriegen, diese Inflation nach unten zu kriegen. Dann hat er gesagt, und das hat die Märkte sehr erfreut, Er hat gesagt, das ist nicht wie bei Volker, der damals der Notenbankchef aus den 1970er Jahren in den USA, der ja damals die Inflation bekämpft hat mit rigiden Zinsanhebungen. Also es war die Versicherung, nein, wir werden es nicht so hart treiben wie Volker damals und dann sind die Märkte erst mal gestiegen. Aber was Waller auch gesagt hat, und das ist ungemein interessant, wir müssen die Zinsen anheben to cool off demand, curb inflation. Also wir müssen durch diese Zinsanhebungen die Nachfrage nach unten bringen. Und das ist immer genau das Thema mit diesen Financial Conditions. Bring die Nachfrage nach unten, weil auf das Angebot hast du als Notenbank keinen Einfluss. Also versuchst du hier ein Match zu machen zwischen eben der zu hohen Nachfrage und dem zugegenen Angebot kannst du als Notenbank nur die Nachfrage beeinflussen und das genau versucht die Fed durch die Zinsanhebungen zu machen. Hier sehen wir mal, dass die Amerikaner seit 2020, also seit dem Corona Crash, als die Fed all in gegangen ist, massiv in Aktien und ETFs investiert haben. Letzten Donnerstag, als wir einen heftigen Sell-Off gesehen haben, haben sie nochmal extrem viel Geld in die Märkte reingesteckt. Insgesamt im März, im April sich richtig dick investiert und die sitzen teilweise jetzt unter Wasser. Und das macht die Situation so ein bisschen schwierig. Hier haben wir Positionen, die schon wieder schief hängen, nachdem sie neu eingegangen waren. Wir haben noch Altpositionen, die schief hängen. Wir haben andere, die sind noch dick im Gewinn. Diese Melange, würde man sagen, in Österreich ist natürlich schwer aufzulösen. Insgesamt gilt, dass es derzeit mehr Idioten als Geld gibt. Hier sehen wir eine Grafik oben. In den Jahren bis 1995 gab es mehr Geld als Idioten. Jetzt haben wir die Situation, dass wir mehr Idioten als Geld haben. Und wir sehen ja zum Beispiel, die Memestalks haben jetzt mehr oder weniger all das ausgepreist, was eingepreist wurde seit 2020. Also GameStop und Konsorten. Also diese Hype-Stories, die durch Retail Money entstanden sind, durch Privatinvestoren nochmal gepusht wurden, die sind ein bisschen vorbei. Also da ist schon ein bisschen was kaputt gegangen. Das sehen wir hier auch etwa beim Nasdaq Composite. Tiefs zu hoch. Das ist schon extrem krass. Da sind wir auf wirklichen Tiefpunkten. Wir sehen so viele Tiefs bei den Nasdaq Aktien. Und das würde technisch dafür sprechen, dass wir jederzeit einen Rebound sehen können. Hier sehen wir mal die neuen 52 Wochen Lows bei den Nasdaq Aktien. Das ist der höchste Stand seit langer Zeit. Mehr als ein Drittel der Aktien im S&P. 1.500 sind mindestens 10% seit der Zinsanhebung der FED letzten Mittwoch. Also seit einer Woche. Die Aktienmärkte in den USA haben jetzt 7 Billionen Dollar verloren. Allein der Tech-Sektor 2,7 Billionen. Also da ist schon ein bisschen was passiert. Man sieht es in den Indizes noch nicht so richtig. Die halten sich ja noch relativ gut. Wir sehen aber, dass die Financial Conditions sich schon deutlich gestrafft haben. Als wir auf ähnlichem Niveau waren, hatte Paul damals den Rückzieher gemacht. Aber damals war Inflation kein Problem. Jetzt ist es ein Problem. Wir sehen auch, dass die Rate-Hack-Expectations ein bisschen nach unten gegangen sind. Also ein bisschen aufatmen. Kommen wir technisch jetzt mal zu den Märkten. Wir sehen, dass wir gestern dieses Gap nach oben gemacht haben beim S&P 500. Und jetzt könnten wir versuchen, vielleicht das nächste Gap zuzumachen. Das war auch da, wo die 200-Tageslinie verläuft. Dann haben wir oben weitere Gaps. Aber insgesamt sind wir in einem solchen Abwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzung wir getestet haben. Und das sogenannte Measurement, was wir hier wieder angelaufen haben, durchaus möglich, dass wir jetzt erstmal nach oben laufen und dann vielleicht später nochmal wieder neue Tiefs machen. Wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen, sehen wir hier, wie massiv die Dinge hier schon nach unten gegangen sind. Sind auch hier untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals und unten der Preisoszillator auf Ständen, wie wir sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Also schon ziemlich ausgebombt. Das spricht dafür, dass wir eine Gegenbewegung sehen, dass hier die Dinge zu stark in eine Richtung gegangen sind. Wir sind kurzfristig, aber übergeordnet. Und das sehen wir hier, Growth gegen Value Stocks, wie Ottavio Costa hier richtig bemerkt. Viele rufen schon den strukturellen Boden aus in den Aktienmärkten. Aber wir sind sicherlich kurzfristig überverkauft, aber der Abbau solcher Exzesse, der dauert in der Regel relativ lange. Und wir sind ja jetzt noch nicht so lange dabei, seit Januar läuft es richtig schwierig für die Aktienmärkte. Das ist noch keine lange Zeit, damit solche Exzesse abgebaut werden. Wir haben schon den Abbau einiger Exzesse gesehen. Meme Stocks, Tech-Aktien, gestern dann noch Palantir, Peloton, Amazon mit dem niedrigsten RSI. Also krass überverkauft, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nicht mal 2008 war Amazon so überverkauft wie derzeit. Also da ist schon einiges passiert. Das gilt auch für meine zweitbeste Freundin, Kathy Wood, die jetzt sich geäußert hat. Hier sehen wir unten mal den Chart ihres ARK Innovation. Berg- und Talfahrt könnte man sagen. Sie sagt, eine globale Rezession und natürlich die viel zu aggressive Politik der Fed sind schuld. Aber solche Typen wie Kathy Wood, die eine Glückstrecke haben, weil sie mit einem Thema zwischenzeitlich richtig liegen, dann aber nicht erkennen, dass der Wind sich ändert, immer so weitermachen wie bisher, weil sie denken, ja, das ist diese Strähne, die hält ständig an, obwohl sich das Makro-Umfeld geändert hat. Die fliegen irgendwann richtig auf die Nase. Das hat es früher gegeben, das hat es jetzt gegeben mit Kathy Wood. Das wird es auch irgendwann wieder später geben. Irgendwelche Highflyer, die tolle Performance machen. Mit einer Ideologie, die in bestimmten Zeiten funktioniert, den anderen eben nicht. Interessant übrigens, dass ihr Freund Elon Musk jetzt gesagt hat, also den Bann von Twitter über Donald Trump, den würde er nicht aufrechterhalten. Also da vielleicht kommt da einiges auf uns zu. Interessant ist das, wenn wir jetzt mal von den Aktienmärkten weggehen, aus den USA weggehen und kurz nach China kommen, sehen wir hier auch hier die Inflation höher als erwartet. Consumer Prices 2,1 statt 1,8 Prozent und die Produzentenpreise 8,0 statt 7,8 Prozent erwartet. Und wir sehen, dass da hinter den Kulissen offenkundig einiges tobt. Und während Li Keqiang, der Ministerpräsident, zum Beispiel vor den wirtschaftlichen Einbrüchen warnt und sagt, die Arbeitslosigkeit ist ein Riesenthema, etc. etc. Versucht Xi Jinping diese ideologische Linie, wir machen null Covid, koste es, was es wolle, weil wir sind eh die Stars, wir haben alles unter Kontrolle, wir sind die beste Gesellschaft mit der effizientesten Regierungsform, das wollen wir dem Westen zeigen. Das ist dieser Kampf, der jetzt der tobt. Xi Jinping hat sich bisher durchgesetzt, wie wir wissen. Also das dürfte erstmal weitergehen. Und die EU ist jetzt bereit zu kompromissen, auch in Sachen Umweltschutz. Gerade wenn man zum Beispiel Umweltprojekte macht, also zum Beispiel Solarparks oder Windanlagen, da musste man vorher nachweisen, ja, ja, irgendein Reier aus der dritten Reihe von hinten links, der ist kürzlich mal einen halben Kilometer an dieser Fläche vorbeigelaufen, der könnte gefährdet sein und dann kommt gut after und dann dauert das alles. Jetzt will die EU solche Verfahren beschleunigen, eben auch um von fossilen Energieträgern weniger abhängig zu sein. Gestern hat Baerbock gesagt, wir werden uns komplett von russischer Energie abwenden, für immer. Wow, die Frau hat einen durchaus großzügigen Zeitrahmen. Und vielleicht abschließend, meine Damen und Herren, in Sachen Russland, fossile Energieträger, hier sieht es so aus, dass jetzt durch eine Pipeline, eine wichtige Pipeline in der Ukraine, kein Gas mehr fließt, weil eben hier aufgrund dieser Kriegshandlungen das unterbrochen zu sein scheint. Dazu ein Artikel, Gas bei Steig, Gas bloß durch Ukraine, kurz vor Unterbrechung. Erster Artikel, zweiter Artikel, Immobilienblase, Preisexplosion nicht zu bremsen, frische Daten von Banken, aber wenn wir sehen, was in den USA passiert, und auch hier steigen ja die Zinsen, dann meine ich, dass die Preisexplosion durchaus zu bremsen sein wird. Das ist der zweite Artikel, den ich Ihnen anempfehle. Also 1 und 2. Nr. 3 ist, meine Damen und Herren, dass wir um 14.30 Uhr die Inflation haben in den USA. Da unbedingt reinschauen bei Finanzmarkwelt.de. Eine Interpretation der Datenreaktion der Märkte etc. etc. Da sind Sie gut aufgehoben. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.